Ja, kommen wir heute zur richtigen Mähroboter-Auswahl. Hier an einem Fallbeispiel mit Herrn Müller und Herrn Schulze. Beide Kunden verfügen über dieselben Rasenflächen, jedoch über unterschiedliche Vorlieben und Wünschen. Die vorhandene Rasenfläche ist bei Herrn Müller und Herrn Schulze identisch. Maximale Steigung 30% bei 1250 Quadratmetern mit einer Engstelle. Also sehr einfach und unkompliziert. Objektiv müsste ich für beide Kunden den gleichen Rasenroboter empfehlen. Doch weit gefehlt, denn die Ansprüche unserer beiden Testkunden unterscheiden sich zum Teil doch ziemlich deutlich. Ja, kommen wir zu den Wünschen und den Ansprüchen unserer Kunden. Herr Müller ist es egal, wie lange der Automower benötigt, um die Rasenfläche komplett zu pflegen. Auch nachts ist ein Einsatz jederzeit machbar. Hauptsache gemäht. Herr Müller ist mit der mechanischen Höhenverstellung zufrieden. Eine Steuerung per Handy kommt für ihn nicht in Frage. Das ist ihm alles zu kompliziert. Die Fahrgeschwindigkeit ist ihm ebenso egal wie die Schnittbreite. Wie gesagt schon, Hauptsache die Rasenfläche ist gemäht. Der Rasenroboter sollte jedoch möglichst sparsam arbeiten. Herr Müller ist vom Typ her eher ein konservativer Golffahrer. Kommen wir nun zu Herrn Schulze. Herr Schulze will, dass seine Fläche möglichst schnell gemäht wird. Ein Nachteinsatz des Automowers kommt für ihn nicht in Frage. Herr Schulze ist ein Technikfreak und wünscht sich eine elektrische Höhenverstellung des Schnittmechanismus und eventuell die Option, den Automower per Handy zu steuern. Er möchte einen möglichst schnellen Mähroboter mit großer Schnittbreite. Da kommt es ihm dann auch auf 1 bis 2 Euro im Monat nicht an. Der Unterhalt des Mähroboters ist eh sensationell niedrig. Bei Herrn Schulze sollte es auch beim Auto dann doch schon mindestens ein Audi sein. Ja, das schlägt dann meistens auch schon auf den Automower durch. Der Automower ist eben nicht mehr nur ein Rasenmäher, sondern auch schon ein kleines Statussymbol. Es versteht sich also von selbst, dass wir in diesem Fall Herrn Müller und Herrn Schulze unterschiedliche Automower empfehlen, obwohl sie eigentlich dieselben Rasenflächen zu pflegen hätten. Ja, kommen wir nun zu den individuellen Empfehlungen, die wir den beiden Kunden aussprechen würden. Für Herrn Müller empfehlen wir klar den neuen Automower 315. Dieser erfüllt alle Voraussetzungen, die sowohl die Rasenfläche als auch die Wünsche und die Vorlieben von Herrn Müller an ihn stellen. Der Automower 315 kann die 1250 Quadratmeter problemlos pflegen. Die Steigung von 30 Prozent ist ebenfalls kein Problem für ihn. Und die eine Engstelle ist mit dem einen Suchkabel ebenfalls kein Problem. Und da Herr Müller ansonsten keine besonderen Anforderungen an die Einsatzzeit, an technische Features oder an einem kleinen Statussymbol hat, wird hier der Automower 315 der richtige automatische Rasenmäher sein. Zudem spricht natürlich auch der geringere Preis für den Automower 315. Anders sieht es bei Herrn Schulze aus. Bei Herrn Schulze heißt unsere klare Empfehlung Automower 320 oder 330X. Für die harten Daten würde selbstverständlich wie bei Herrn Müller der Automower 315 ausreichen. Aufgrund der Vorlieben von Herrn Schulze empfehlen wir hier jedoch den 320er oder den 330X. Herr Schulze ist ein Technikfreak und mit der Möglichkeit, den Rasenroboter auch per Smartphone zu steuern, ist er dann beim 320 oder 330 sehr gut aufgehoben. Hier wird das Connect-Modul im Laufe von 2015 kommen. Herr Schulze möchte außerdem, dass die Rasenfläche schnellstmöglich gemäht wird. Deshalb hier ganz klar die Empfehlung 320 oder 330X. Ja, ich hoffe, ich konnte mit dem Beispiel einigermaßen klar machen, warum eine persönliche Beratung in 90% der Fälle sinnvoll ist. Weitere Infos wie immer auf robomare.de Vielen Dank, Ihr Michael Häusler Vielen Dank, Herr Schulze.